Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim Training, ja? Sehr schön. Einen schönen Tag hier noch, ja? Jetzt muss ich aber auch mal gucken, dass ich mich selber auch motiviert bekomme, nicht nur immer unsere Mitglieder, hm? Wie mache ich das jetzt? Mike! Mensch, komm jetzt! Was? Das zeigt für unser Humble-Goat. Oh nein, jetzt ist es schon wieder so weit. Ja klar! Okay, ich möchte aufgehen. Nee, 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 komm, brauchst du nicht. Ich bin deine Motivation, Leute. Wir fangen jetzt an. Ja, ist okay. Erste Übung, Burpees, Level 5. Auf geht's, komm. Jawohl. Sehr schön, einen noch. Okay, top. Zweite Übung direkt hinterher, Turnabflanken. Auf geht's, komm. Sehr schön, und stopp. Als drittes Schulterdrücken, ein bisschen anders heute für dich, ab in den Handstand. Okay. Und weil es gut ist, einarmig. Sehr schön. Jawohl. Klasse. Da seht ihr immer wieder, Qualität im Training zahlt sich einfach aus. Dieser Kollege, der ist wirklich mehr als fit. Das ist meinst International. bunları machen. Ich mache into肉.